Hallihallo Leute und Willkommen wieder mal zu einer neuen Folge CS auf unserem Kanal. Ja, letztes Mal ist ja leider nicht so gut gelaufen. Haben wir so ein doofes Teil gemacht mit dem Tim. Ja, aber heute mal wieder auf das 2. Dabei sind der Leon und der Clemens. Grüß Gott! Guten Tag! Mal schauen, ob das heute immer besser läuft. Ja, wie ihr seht, bin ich immer noch Silber Elite. Hat sich nicht viel geändert. Zwischendurch haben wir schon ein, zwei Spiele gespielt. Ja, jetzt in längerer Zeit nicht mehr tatsächlich. Alle weh! Und das läuft. Aber ich bin gestorben. Aber ihr seht es heute auf Aussicht von Leon. Mitte? Ich ein. Wo ist der Rest? Der Letzte ist auch Mitte. Sehr gut. Ups, ich habe gerade vergessen, dass wir Team-Damage haben. Clemens. Ist ja egal. Ich habe meinem Team mit einfach einen Headshot gegeben. Kann man ja machen. Das sind ja doch doofen Randoms. Na, ist einfach so ein High-Five. Na, aktuell carrying uns die doofen Randoms, ne? Das gehört schon zur CS-Go-Kultur dazu. Eben. Ich sage, ja. Eben. Das sind Alon, glaube ich. Ich komme zurück. Die Nate-Warm. Ich so gut. Alon. Sind die eben an? Die sind schon on-spot-Leon oder so. Ja, gehe ich kurz. Jo. Dann gehe ich kurz. Tschüss. Ach, es ist wieder Herbst allerliebst. Ja, ne? Dann weiß ich schon sagen. Mal aufräumen mit der MP9. Ich habe dir eine gedroppt. Ach, ich habe auch eine. Ach, stimmt. Du hast mir eine gedroppt, Clemens. Ja. Halt auch die beste Waffe, ne? Ja. Ja, es läuft. Es läuft. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingswaffe ist. Also, meine ist auf jeden Fall die MP9. Das ist halt ein supergeiles Stück. Also, wenn er die noch nicht ausprobiert hat, dann auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall empfehlen. In der ICO kann man eine MP9 kaufen und reinraschen. Boah, hier. Der Lung hat einfach einer gecampt. Das kann aber wohl nicht wahr sein. So, jetzt schauen wir mal dem Clemens zu. Oh, lieber nicht. Weil ich habe einen guten Ruckel in den PC. Na, das ist ja die beste Waffe. Da reißt du doch auch... Oh. Die Nate war wirklich Pro. Ich wollte die hier nach oben schmeißen. Das ist leider nicht verstanden. Da haben sie uns allen... Oh nein, ich meine, das war ja auch noch eine schwache Runde von Waffentechnik, ne? Kann man ja nix. Kann man nix machen. So, soll ich jetzt mal die MP9-Taktik ausprobieren? Ja, selbstverständlich. Hat zwar gerade nicht gut funktioniert, aber da hat auch einer gecampt. Der hat unfair gespielt. Ich habe gerade keinen Aim, Alter. Mach ich auch nicht. Haben wir gerade echt alle hier gewartet? Und... Flash, Flash auf B, Flash auf B. A-Shot, ja. Also B ist einer mindestens. In Cutters. Keiner. Wollte ich sagen. Also A scheint ein bisschen Action zu sein. Ja, der B hat sich glaube ich zurückgezogen. Oh, shit. Ich habe nur 4 HP. Oh, shit. Ist immer ja gut drauf. Feuer, die sind doch auf A schon drauf. Nee. Ja, die sind auch auf A schon drauf. Ich habe auch nur 4 HP. Ich will da eigentlich jetzt nicht pushen. Ach, wollen nicht, aber... Na, wobei, safen wir ja ein bisschen. Ist ja ein bisschen scheiße. Alter, mein Aim ist so kacke, Mann. Holy shit. Ist doch gut. Ihr müsst vorgehen. Ich räume dann mit der MP9 alle ab. Oh, was? Okay. Oder auch nicht. Please free A to B. So, ich sagte, jetzt geben wir 3 A, 2 B und dann ratzen die uns alle auf B weg. Sounds great. Gehe ich jetzt mal A, Leute. Aber einer muss schon mitte gucken, ne? Ich gehe mit, ich habe ne Negev. Naja, einer geht B, der zweite B guckt mitte. Ja, das hört doch doch... Oh. Flash, ganz viele Flashs auf lang. Naja, lang. Lang ist es. Ich gehe mit der Negev. Oh, Mitte gehts richtig ab. Oh, Tom pusht sie von hinten. Naja, nicht direkt. Gleiche. Eher so von seitlich vorne. Ja. Hört auf, Tom, die konnte schon lang sein. Äh, von lang kommen, ne? Du bist halt mega offen. Ach du kacke. Oh, ne late drücke ich dir noch rein, ey. Hinter dir da. Alter, du wurdest ja so oft von dem getroffen, oder hast du nicht einmal in die Richtung geguckt? Ich habe ja gar nicht gecheckt, wo er ist. Ah, ich habe sogar Schaden gemacht. Ach, kein Problem. Kein, das ist schlecht. Part der Problem. Oh nein, das ist fresh. Er steht noch. Oh. Grüß die. Den haben wir aber ganz schön weggemacht hier. Okay, da hat man hinten gepusht. Neist 3, Clemens. Ja, das war. Mehr schlecht als recht. Better luck next time. Ging schon. Ging schon. Vor allem, ich forse halt jede Runde. Oder so, fast jede Runde. Aber ne, was willst du tun? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Oh, ich bin so dumm, ich habe eine OMP gekauft. Jetzt kann es nicht mehr. Ja, Mann. MP9 musst du doch kaufen. Das haben wir doch gerade abgeklärt. Alter, irgendwie ist die MP9 ganz schön scheiße gerade. Was ist denn hier los? Vielleicht liegt auch daran, dass ich einfach scheiße bin. Ja, ja. Das kann nicht sein. Das kann natürlich auch sein. Ich habe auf jeden Fall auch seit Wochen nicht gespielt jetzt. Ey, was hast denn du? Was ist denn da gerade in der Mitte passiert? Pfff, Clemens. Gefährlich, gefährlich. Echt ist einer? Das ist Tom, Clemens. Das ist Tom Hochkamer. Da kann keiner sein. Ne, da in den Tunnel ist jemand. Ne, das ist Tom. Echt? Karl ist literally clear, Clemens. Oh, super. Na, komm ich mal mit. Auf A. Ich hab mal eine Kack-Off, Alter. Hat jemand ein Kit, oder? Als ob er sich jemand ein Kit leisten kann. Ach, der erste hat sogar ein Kit von uns. Oh, guck mal. Alter, wir kriegen einen Ausgleich. 3 zu 3, Mann. Nice. So, wir nehmen das übrigens gerade am Ende der Schulferien auf. Morgen ist der erste Schultag des Jahres 2015, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welches Jahr wir gerade haben. Ich bin nicht so gut mit Daten. Mit Jahren? Mit Jahren. Wie entwissen du Tomate? Wie entwissen du? Wie entwissen du? Warte mal, wenn jetzt 2015 ist, dann müsste ich... Äh, weiß ich nicht. Oh, ne, eine AWP-Mitte. Ich hab gerade eine AWP geköpft. Geköpft hast du sie, Alter. Ja, meine AK. Das ist ein hohes Kaliber, die hat einfach den Kopf zerrissen. Oh Mann, das klingt ganz schön gewalttätig. Schon wieder. Schon wieder. Dürfen wir dieses gewaltsame Wiederspiel denn überhaupt schon spielen? Ich hab die Wiederspiel umgebracht hab, ey. Mann, ey. Das fühlt sich gut an. Oh, lol, da ist die scheiß Ava. Oh. 3 Guys A. Oh, nice. Die Bombe liegt kurz. Ja. Das ist gut. Nice. Der ist echt schlecht mit der AWP. Nachladen, Leon. Oh, lol. Ich dachte, die Waffe hat so viel Munition, dass sie für immer reicht. Ja, stimmt. Das ist keine Näge. Das klang aber so ähnlich. Deswegen, weißt du, war ich verwirrt. Oh Mann, ey. Aber wieder den skilligsten Mitspieler, den es überhaupt gibt. Mich und Clemens, weißt du. Genau. Der ist nämlich die Erste, das sehe ich gerade. Ehh. Nevermind. Naja. Ich arbeite auch ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Ich muss nebenbei... Nehm ich auch noch... Was musst du nebenbei machen? Oh. Das war schon wieder abgehackt, Clemens. Ja, tut mir leid. Ich muss nebenbei nämlich noch Kekse essen. Deswegen... Leicht für mich. Ja. Du Arme. Das ist wirklich... Das ist schwierig. Aber was? Das ist eine Last, die auf dir lastet. Auf dir ruht. Ja. Oder was ist denn das... Gibt es noch ein besseres Wort für Burn? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Der war B. Mit ner AWP. Peek einfach mal hier... Mitte rein, Tom. Hehehehe. Don't peek the fuck camp. I think we are all German. Camping is for losers. Das fällt dir jetzt auf. Außerdem müssen wir uns gespannt halten, ja. Also... Meinst du, unsere Mitspieler da, die gucken auch immer mit ganz viel Freude... TLF Gaming? Oh, superlebt. Superton. Mit spielern bestimmt. Das sind auch deutsche. In Deutschland weit bekannt. Wie viele subscriber haben wir 50 oder so? 51. Wie viele deutsche Spiele? 51. Wie viele deutsche Spiele zählt? Oh, vielleicht? 100. Das ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch. 100. Na klar. Ja, gut. Ich hab noch mal gefehlt. Klemens. Was? Es ist mir ja schön meine MP5-Souvenir-Skin zur Schau stellen. Oh. Sehr neu. Nee. Also, naja. Zumindest seit der letzten Folge ist der doch, glaube ich, neu. Kann man so sagen. Nervig. Ist das B? Ja. Oder kann das weg? Ja. Ist das B oder muss das weg? Ist das B oder kann ich defuse? Das wird nix mehr, ja. Hä? 3 gegen 5? Das ist doch... Ach, Ninja defuse. Ninja defuse. Komm. Zumindest noch ein paar Exit-Frax machen. Oh, oh. Einer ist rum auf diesem Gerüst. Sehr gut. Wir kommen jetzt durch Cutters. Alter, die MP5 ist halt echt nicht so gut auf die Range. Er hat nämlich gerade geflasht. Wir mussten auch holen. Alter. Ich hab ihm 7 Hits gegeben. Und ich hab ihn... Ich hab nicht mal 10 Schaden mit einem Hit gemacht. Auf die des Trunkens. Oh. Das ist schon bitter. Ich hab 3 Kills, Leute. Leute. Das ist toll. Ich muss mich doch auch konstanter in meinem Level halten. Du solltest immer am möglichst schnell sterben. Und dann auf mich wechseln, Leon. Ja. Meistens guck ich dann Clemens zu. Oder das irgendwie amüsanter ist. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich verstehe das schon. Naja, dass du das verstehst, ist mir schon klar. Aber... Oh, die Flash war einfach perfekt. Einer als B. Den Messer ich. Oh, das mag ich sehen. Oh, wow. Die Voraussetzung. Ja, warte. Will der zuschauen? Wo ist der Clemens? Da. Ah, wo ist das Messer Clemens? Das hat doch kein Messer. Ich hab leider wieder gewechselt. Ich weiß halt auch nicht. Oh, da hat's... Oh, jetzt ist hier Tom zuschauen. Da ist er. Ich bin halt übelst in der Pordulia. In der Pordulia. In der Pordulia. Das war ja richtig dämlich. Ich hab gerade geschossen. Ich hab noch den... Habt ihr auch den Schuss-Sound gehört? Nee. Nee. Ich hab noch gehört. Das war also... Ich kenne nicht Pordulia. Ich kenne nicht Pordulia. Kann ja nicht wahr sein, ey. Hat er mich einfach umgebracht. Das kann doch nicht... Nicht-Wachzenschwein. Nicht-Wachzenschwein. Das... Das war auch ein bisschen unter der Gottellinie, Leon. Hat mir leid. Family-Friendly-Show, I know. Oh, hier war's mal. Der Mensch geklickt. Das war eigentlich schon unter... Aber warum... Warum müssen... Warum müssen das Warzenschwein unter der Fußzone? Sondern ganz normales Leberwesen. Ist einfach komisch, würde ich sagen. Ja. Alter... Die... Schmeißen da so viele Granaten long und am Ende kommt dann kein Schwein. Alter, wat? Mitte sind in A. Einer geht ins Shot mindestens, Leute. A-Shot. Ja, ich guck schon long. Ja, die sind wahrscheinlich schon unspot. A oder was? Ja. Da könnt... Ja, ist A. It's A. Ja, mich öller. Oho. Was ein Aim! Ich hab gegen ihr Up. Oh, ich hab' ihn auf einen Headshot gemacht. Nice. Hat leider nur 92 Schaden gemacht. Kann ja mal passieren, ne? Weißt du mir nicht mal, warum ich mir You Up gekauft hab? Hier, wie man den Schatten sieht. Oh, stattinein kriegt den sogar dann nicht! Oh! Der ist ja echt blind. Irgendwie MP9 funktioniert nicht, dann muss ich mal wieder an der Bison auspacken. Ich mache jetzt die krasse Taktik. Ich weiß, die Flächen immer shot irgendwie dreimal und schmeiße den Smoke, kommen wir auch nicht long. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt ein HP bin. Ich habe gesehen, dass ich jetzt ein einziger B bin. Der Bison rasiert sofort einen weg. Und der zweite hat noch drei HP. So, dann kriegt der blaue sogar eins. Wo liegt denn die Bombe? Long. Long. Ich komme mal vorbei. Oh, sehr gut, Tom. Sackhüt. Oh, war ich schlecht. Oh Gott. Auch auf mich hat das keiner gesehen. Hochfeldlich. Hast du mir ganz gut geguckt, Leon? Ne, ich habe dann zur Ausnahme mal zugeschaut. Gott sei Dank. Da ist eine ABP Mitte. Rechts. Peak. Na, du bist jetzt schon nicht mehr da. Ja. Das war noch ein Spieler, ne? Die lag nicht auf dem... Tom geht erst mal auf K. Ach so, gehört sich das. Ja, dann guck ich mal dem anderen zu. Ah, jetzt ist nee. Tom ist immer immer weg. Go, be yellow. We had the bomb. We set. He's on A. He got an AWP. Be careful. Es wäre auch keine richtige Runde TLF Gaming, wenn Tom nicht mal irgendwann mal auf K wäre. Zwischendurch. Ripperoni. Das muss es eigentlich echt nicht sein. Hä, klar. Das gehört schon dazu, würde ich sagen. Zum guten Stohn. Ja. Wahrscheinlich macht er sich gerade Kroketten. Ja. Vom Hunger überkommen. Nein. Konnte er sich nicht mehr zügeln. Was? Oh Tom. Redet ihr über mich? Nein. Ja, eventuell. Ja, ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. Ja, das haben wir ja schon gedacht, dass du dir Kroketten machen musstest. Jetzt kam der Heißhunger. Ja. Nee. Das war nicht sehr trivial. Ich muss meine großen Eltern verabschieden. Das ist natürlich. Die kam einfach reingepflanzt. Oh. Skandalös. Unmöglich. Aber diese... Die haben sich dabei gedacht, dass sie mich dann morgen nicht wecken müssen, wenn diese früh fahren. Das finde ich schon besser jetzt als morgen früh. Oh, Meter sind Leute? Das stimmt natürlich. Fart. Außerdem stehe ich 12-7. Ich kann mir das erlauben. Niemand kann mir das sagen. Das finde ich schon besser jetzt als morgen früh. Ja, was ich nicht erlauben kann. Das war aber 12-8. Das war auch echt schlecht, Coll. Der Gegner hatte nicht mal eine Waffe draußen. Oh, ich hab 4 Kills. Oh, ich hab 4 Kills. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Ey. 5 Kills. Hahaha. Geil. So, jetzt flächig den... Du hast... Da sind die Liebengegner. Wissen wir, wo die Bombe ist? Die Arbeit ist in der Mitte. Der hat einen weggemacht. Passt mal abschauen. Ja, der ist short. Ah, ne, der ist hinten. Wo ist der? Der ist mittehinten am schönen Erkoll... Geht wahrscheinlich...ja...wahrscheinlich lang Lang bin aber ich Dann habt ihr ihn eingekesselt Bei Leons fantastischem E kann da auch nix schiefen Ne ne Alter ich hab irgendwie fünf Magazine mit der Farmers verbraucht Um den Eintypen zu bekommen Ganz schön der Waste den du hier betreibst Für Eintypen? Nicht so CO2 neutral gewesen ich weiß Ich hab mal leid Ich hoffe du kompensierst Na klar für jede Kugel man Oh scheiße Der Wiesen hat CO2 ausstoß Der findet ja eine Verbrennung statt bei so einem Schuss Ich muss sagen ich benutze ab jetzt nur noch das Messer Ich kann das nicht mehr vereinbaren Alter ich bin so scheiße Leute Schieß erstmal den Clemens ab Danke, aber ist okay Alter Ich beklecker mich hier nicht gerade mit Ruhm Als erstes vielleicht sollte man damit einfach mal anfangen Was mit...hä? Ja die Leute wollen nicht aufhören irgendwie Keine Ahnung nach Thailand zu fliegen oder so Ja können sie ja wenigstens aufhören mit CSGO mit Waffen zu schießen Das ist schonmal ein ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung Ja ja Das ist natürlich nicht für jeden Schuss Da musst du ja was rechnen Irgendwann er nicht schieß Genau ja 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 Dann braucht ihr nicht so viel Strom Braucht richtig viel Komm ich push nicht mehr Komm Ich muss ihn aber auch töten ne? Der ist runtergesprungen Oh ne Alter Ach was Das war überhaupt kein Next Level Play Alter das war so richtig scheiße man Oh mein Gott Jetzt will ja so keiner seinen Lebensstandard senken Irgendwie Aber das... Dann machen wir erstmal ne Runde klimaneutral zurück hier Im Ausgleich Dann wollen wir mal nur mit Messer suchen oder? Oder mit der Zeus Die Zeus ist ja auf Klimaneutral Die ist ja elektrisch Und dann Zeus Zeus und Kepler Für so nen CSGO Spieler Ob's schwieriger ist Ich sag ich mal ein Team in Urlaubsfliegen Oder Ob's schwieriger ist Für CSGO Spielen so zu verzichten Und auch ne Aber Zeus ist ja auch nicht gut Weil wenn da so nen Blitz entsch... Oh scheiße Die sind alle auf B A2 gemacht Jawoll Ach er hat das nicht ernst gemeint mit der Zeus? Hä ich hab der Zeus natürlich 2 gemacht Ne aber wenn der... Bei der Zeus blitzt Das ionisiert ja auch die Luft Und dann entsteht ja wahrscheinlich auch irgendwas Schlimmes Obwohl ionisierte Luft ist ja jetzt erstmal nicht so verkehrt Meinst du das Ozonloch geht kaputt? Ja das Ozonloch geht kaputt Ja das Ozonloch geht kaputt Ach stimmt dann könnte der Ozon entstehen Ozone ist ja gar nicht gut hier ne? Und das will ja keiner dass das Ozonloch kaputt geht Ja bei meinem Bruder da war immer so die Die Ozonloch kaputt geht Ab bestimmten Ozonwerten Im Kindergarten durften die nicht mehr raus... Also... Zu wohnen werden draußen Ja Skandal Haben die... Haben die dann Messgerät? Ja Krass So ein Geiger-Müller-Tero Glaub ich wie das jetzt in der Schule ist Ein Zählrohr alter Was ist denn das? Hast du auch sowas in der Schule? Bei uns war das nämlich irgendwie nicht Ich habe das das erste Mal gehört Dass wir meine Mutter jetzt... Tom der technische Fortschritt macht es möglich ne? Wir haben halt noch... Wir sind in so einer Steinzeit quasi groß geworden Könnte man sagen Was war das denn dann eigentlich? Oh das sind 3 lang Alles klar Aber ich dachte halt immer so... Ozon ist so... Ich hab das... Kenn das nur von Ozonloch und sowas Weißt du? Ne es gibt ja auch hier diese... Sagen Luft... Luft nicht verpässe Sondern ja Luft... Sauermachgeräte Die man sich so ins Zimmer stellen kann Die erzeugen sogar auch Ozonen Deswegen ist das sogar eher schädlich die sich zu betreiben Bei sich zu Hause Auf dem Fall guter kann man sich eine eigene Ozon bauen In einem eigenen Zimmer Naja... Und immer schön mehr Ozonen ins Zimmer pumpen Ja... Aber ich meine die an der Schule gibt es dann wahrscheinlich so... Plätze für kleinere Kinder Ja vielleicht gibt es ja inzwischen ne... An... An Schulen die der Staat inzwischen mal saniert hat sowas auch Wer weiß Welche Schulen... Welche Schulen saniert der Staat? Hä... Ich sehe jetzt immer diese... Diese coolen Plakate Da steht immer drauf Weiter Schulen sanieren Also... Scheint... Scheint ja auch... In den Piischen bauen sie gerade ein neues Gymnasium Oh... 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 Das ist jetzt schon fertig glaube ich Hä... Wo bauen die denn da ein Gymnasium? Oh... 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 Hm... Das beschreiben Konzentriere dich lieber erstmal aufs Schießen Ne quatschen... Schießen... Schießen... Ja... Einer ist B Schnell plantet mal auf A Long ist auch Clear wahrscheinlich Du der eine hat sogar ein Messer Ey! Oh Gott oh Gott Und die... Und die... Die Schule in die meinem Bruder geht Ist ja jetzt auch... Die ist ja super... Die ist von... Es gibt schon neue Schulen in Dresden Es ist hier neben unserer alten Schule die da... Genau... Ja... Und die... Dresden ist ja auch glaube ich die... Also Nummer 2 bei den gebreisten Städten... Deutschlands Elf? Nach Leipzig Schaut Reiste Städte Geh auf A Geh auf A Geh auf A Was geht denn da eigentlich? Ja hast du das verstanden was ich meine? Ne Es gibt... Es gibt die meisten... Es gibt so ein Ranking... Der Städte mit den meisten Geburten Ja Ach sorry Ach Geburtenreifsten Ja Quatsch Das war abgehackt Platz 2 Sorry Naja... Welche... Welche Stadt liegt auf Platz 1? Leipzig Glaub ich Ost Sweet Ost Toll oder? Ja Naja... Wenn man sich im Westen den Lebensstandard nicht mehr leisten kann mit... Sondern... 2, 400 Euro Jobs oder 3... Wo man halt in Osten gehen ne... Wo das Preiswerter ist Ja... Ok... Also das scheint mir eine ganz... Ganz simple Erklärung für dieses Phänomen Tom Oh guck mal der hat es richtig Einfach nicht so viel nachdenken und einfach mal ne... Ist ja ganz simpel Einfach das glauben was einem zuerst... Genau Einfach das glauben was einem zuerst erzählt wird Ah... Das was einem am meisten passt ist auch immer... Das... Das sowieso... Warte mal... Was soll denn das? Thanks... Ich bin deutsch Ja... Aber es ist auch viel lustiger auch... Das ist... Äh... Emotionless 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 er trägt ihn noch der lebt doch hier ist die ak immer in striver da erklärte es ist eine emerald pinstripe natürlich er kriegt auch ganz viel geld gekostet also kein skin als emerald pinstripe Prozent hat Spaß 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 muss sein führen ja fast ja Comeback ich glaube einer B wenn ich nicht verkauft dann rauf auf ja die haben aber gemoldet ja du lass es sein ne oh leot ist noch du da ach es war doch mehr als einer ja es war einer ist noch da von rechts auch von hinten kennt ihr jemanden der E-Bus spielt E-Bus E-Bus Electronic Base ach so war das jetzt eine Frage an die Zuschauer Männliche wie Wildschwein darf ich E-Bus 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 aber ihr kennt keinen nö aber meine Zuschauer interessiert mich interessiert es nicht ich kenne einen der Kontrabass spielt was Tom die Zuschauer sind alles ganz wichtig äh ach ach es hilft mich deshalb nicht weil ich einfach recht schlecht bin eben E-Bus äh weil ich es gerne mal ausprobieren möchte und das kann ich ja nicht das ist ein E-Bus Mentor ne vielleicht hä warum wenn hier jemand in Dresden wohnt ne ohja da geh ich bei so einem random vorbei vielleicht will der mich ja irgendwie vergewaltigen naja weil immerhin E-Bus ausprobiert ne hat halt alles froh und nachteilbar die durch den Dresden der Dresden sowas ausprobieren lässt kann man das ja mal machen ne so es ist schon zu kontrovers ich weiß nicht ich weiß nicht ich glaube das kann man einfach alles als Satire abstempeln dann ist es schon okay ja das ist alles nur ein Spaß ach scheiße ich weiß ja nicht auf YouTube da wird ja schnell was gesperrt Naja, wir monetarisieren ja eh nicht, das ist ja egal. Nee, das hört sich niemand für. Passt du auf, Messer? Alles werbefreundlich. Ah, leider nicht. Nicht werbefreundlich, Quatsch. Schade. Das Bild von dem einen ist auch nicht unbedingt YouTube-punktlich. Naja, welches? Jetzt weiß halt man mal genau drauf zu hin, Mann. Boah, der ist echt gut, Mann. Ich hab das Gefühl, die 80% dieses Videos bestehen aus irgendwelchen ironischen oder sarkastischen Bemerkungen. Ich glaub, dafür gucken die Leute auch eher das Video als vor... Als letzte Woche, meinst du? Ja, genau. Ne, das Video letzte Woche, das war ja noch nicht so ironisch. Ich meinst vor vier Tagen. Das war doch echt ernst. Ja. Es ja so schnell geht, dass wir im Sinne des Wandel, ne? Ja. Würde man sich ja auch bei großen Teilen der Bevölkerung wünschen, dass sie sich so schnell verändern würden, manchmal. Komplett ausgleichen. Stimmt. Aber ich denk mir halt so, ich mein, wenn man sich O-Gameplay anschauen will, da kann man ja auch... ...schauen, aber von uns schaut dann doch nur... Also die tolle... Danke, Leon. Scheiße. Oh, meine Zeit! Deine Zeit, was? Oh, Clemens. Oh! Muss nur abdrücken. Läuft deine Zeit ab, oder was? Ne, seine Zeit war gekommen. Meine Zeit ist gekommen. Oh, ich würd jetzt gern echt jemanden... ich würd echt gern jemanden loben. Ja. Ja. Jetzt hatte ich die YouTube AI gerade geflackt und schickt gleich das Wort Team vorbei. Scheiße. Nein! Ich wollte den... den Streich... meiner Ticke. Hörst du gerne Haupttick, oder? Haupttick, ja klar. Eigentlich nicht. Was? Was? Rush hat der Herr gesagt. Was hast du für ne Waffe, Leon? Was hast du für ne Waffe, Leon? Der schmeckt Ten. Ah, okay. Und Tom, was hast du für ne Waffe? Mac-Ten. Gut, Tackle. Aber ich hab nur ne Mac-Ten. Das ist ja echt loben. Fenster. Carglaas. Ich hab die Bombe bewacht. 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 Ich hab's halt ne, ne? Alter. Schönes Rundchen, ne? Schönes... Ja, ja, alles ja. Ach, hol' wir noch das Teil. Ich sag' ich positiv still. Das ist alles, was hält. Hauptsache Tom, die schwarze Null, ne? Hauptsache die schwarze Null, genau. Das sag' ich immer. Wie Olaf Schäuble zu sagen pflegt. Olaf Schäuble. Wir müssen ja noch ein bisschen Politik reinlegen. Olaf Schäuble! Olaf Schäuble. Leon, bleib mal stehen. Leon, bleib mal stehen. Ja, ich find das wirklich einer der besten CDU. Was war denn das, Alter? Ich brauch die Lache. Guck mal, hat schon geholfen. Shit, ich hab' immer... Ah, da hab' ich leider... Ja, ich hab' noch nicht. Was war was? Was ist hier passiert? Leon ist irgendwie gezeust worden. Ich weiß auch nicht warum. Ja, es ist... Ehm. Kam ganz überraschend. Von wem? Tja, natürlich vom, vom, vom Erzfeind Nummer 1. Motor, der Erzfeind. Ach... Ach... Ob das, dieses Wort auch von den, von den Kohlekumpeln kommt. Der Erzfeind. Der Erzfeind. Na, weil... Guck mal, siehst du ja an die Runde gewonnen. Nur weil ich schwer um... Machen wir gleich nochmal. Ja. Na, warst du gekickt. Hä, warum zweimal umbringen? Ist das dritte Mal, warst du gekickt? Ja, stimmt. Ich mach' jetzt mal. Einfach nehmen wir seine Waffe hier, die Negev und dann... Richtig. Bleibst du? Ich hab' schon mal die Waffe hier, die er gleich fallen lässt. Da. Warum haben die jetzt alle Orbs? Da los. Ich hab' nur abgesägt, ich hab' keine Orbs. Das ist vollständig. Eben. Na, ist er fast gleich zu setzen mit der Orbs. Alter, das kann ja nicht wahr sein. Oh, nice. Naka. Und mich auf zwei HP schießen, man. Was, was... Ja, ich versteh' auch nicht. Irgendwie gucken alle da hin aus. Anscheinend nicht. Anscheinend halt irgendwie kennen. Oh Gott. Die Gegner haben schon Taka. Jetzt geht's los. Das ist einer wie so. Oh, du bist Sniper. Mädel. Milder. Be careful. Ich kenn' nur Be Quiet, ach. Okay. Das wird wohl hier nichts. Ach, fixer. Ah, Leute, da war ne schöne Runde mal wieder. Aber, ne? Ah, sehr knapp. Alle schönen Dinge gehen auch mal vorbei. Ah, genau. Nächstes Mal wird's bestimmt besser. Na, so ist das. Ach, ich hab's schon kein Bock wieder mehr. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.